Ich bin Lauline Schwander und lerne Grundbauer. Ich bin abwechslungsreich, viel draussen und dreckig. Wir machen Hangsicherungen, Paubraubensicherungen. Ich muss helfen bohren, schaufeln, wickeln am Silo. Spritzen, gunitieren, helfen aufräumen, helfen putzen, Stangen wechseln. Die Schule habe ich, die Blockschule in Sursee. Und die UCAS habe ich alles dort. Und meine Lehre dauert zwei Jahre. Und dann versuche ich, dass ich EFZ anhängen kann. Das dauert noch mal zwei Jahre. Das dauert insgesamt vier Jahre statt drei, wenn ich nur EFZ machen würde. Also mal selber zu bohren. Das dauert noch mal Tune. Das dauert noch mal! Das dauert noch einig. Mögen. Das dauert noch mal, sondern ich bin super. Das dauert noch mal!